Okay. Irgendwann kann ich auch nicht. Treff das Loch, treff das Loch. Lass sie treffen, lass sie treffen. Ja Frosty. Schweil, denk ich ja. Diesmal kriegst du mich nicht, du Sau. Doch, kriegst du trotzdem noch. Ja, nachher. Jetzt kann ich viel versuch eigentlich. Aber einmal wirst du getroffen, irgendwie, ne? Ja. Geschafft. Loll. Ich dachte, er wäre noch länger gewesen. Ich dachte, er wäre noch länger gewesen. Ich dachte, du bist verhindert, das warntest du. Ja. Okay. Nee. Boah, ey. Sonst springt er da durch und bei manchen Stellen dann nicht. Ratsche, 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 Ratsche. Oh ne, wir können erst hier machen. Gipfel-Guard. Gipfel-Guard. Wo ist das? Ja, ja. Zumindest Sperrfeuer. Ich hab keinen Bock. Doch hast du. Du-du-du-du-du-du-du-du. Der Köckel? Nee, das war nur der Greifi. Der wär fast schon wieder. Achja. ja, hast doch die armen Jö-Vögel an dir... Die sind doch alle schon fit genug, brauchst die nichtDear noch töten Duohhhohhohhohhohคuhcuh havejoh who he he w Berlin Halt schon weg. Halt schon weg. Das Ding mitzunehmen. Du bist doch um. Na, wo bin ich? Ich kriegst es doch mal. Die Bananen nehme ich immer gerne. Ja. Da muss ich lang. Oh, Metall fast heiß. Oh, ich sage nichts. Oh, nur weil ich nicht im Bild war. Haha. Echt, ne? Aber so jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Das war mein erster Gedanke. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und Flügelschlag. Und... Kopf da rein. Ach, ich habe ja nur noch ein Leben. Ja, das... Neville... macht mich kaputt. Mann, war das Knabbel. Hallo? Nein. Für dich springt sie voll hinterher. Klar. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Das manchmal auch so ein bisschen irritierend wird, Scheiß. Gar nicht einfach aus der Fassung bringen. Mann. Was war? Hä? Nicht mal weit weg. G war ja schon da. Ich auch. Was soll ich denn sagen? Hallo? Hm. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn sagen? Ich weiß es nicht. Wie viele Level bist du vor mir? Eins. Eins. Zwei ganz auf jeden Fall. Ja, nicht ganz, aber... Hast du mal an das Wasserlevel gedacht? Ja, und... das Eislevel jetzt, ne? Hast du mir da auch noch dran gedacht? Und die Level davon, du Affe. お,お… ивoodoo … Das ist ein Hellseer. Ja, und... … … … … … … ... ich habe nur noch ein leben lass mich das war nicht witzig ja für dich wieder dinge sind scheiße ja hätt ich gefunden krieg ich eigentlich mal hier donkey kong worauf ein koppelge des gibt es nicht geschätzt Ich glaub da war auch noch genug Abstand zwischen den beiden Bienen. Dann müssen sie durchfliegen können. Da kommen sie. Ja. Komm hier musst du... okay. Komm der noch hoch? Ja gut. Aber genau in dem Moment, wenn du da lang fliegst, kam er eben. Das dachte ich mir dann auch. Willst du mich jetzt verarschen oder so? Aber ich glaube das wollte er. Ich will jeder verarschen. Ah, ja. Ach. Also wir machen es nicht noch so schwierig, aber wir machen es auch noch so. Du gehörst ja auch verarscht. Hab ich gerade daneben geworfen? Ja, hast du. Ey, vielleicht kann ich nicht spiel bloß sein. Dankeschön. Nein. Komm steb doch mal. Ja, ich will aber nicht. Ich will aber, dass du stebst. Okay. Wir müssen den Content doch in die Länge ziehen, weißt du doch. Nein, ich möchte ihn aber nicht in die Länge ziehen. Hab ich das nicht beim letzten Donkey Kong auch gesagt? Ja. Ja, aber da haben wir jetzt gar nicht in die Länge gezogen. Doch. Ich will irgendwas klopfen. Da wirst du. Mein kleiner Freund. Mein kleiner Freund. Die Kackwurst. Gerade. Das macht er das. Hm? Ja, genau. Er macht das U. Oh, und ich mach dir den Absturz. Hier ist da irgendwas. Dumme Kuh fliegst dagegen. Mhhh. Mhhh. Danke schön. Boah, er wegt dir. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab nur noch ein Leben, ne? Ja. Macht's ungemein schwieriger für mich. Hallo? Ende? Hallo? Oh ne, da kommt irgendwas. Da oder da? Bitte, bitte. Oh, hier ist ein Fass. Mein Kratz ist Fass. Okay. Mit dem Arsch dran. Komm, geh mir im Arsch. Komm. Komm, die knutscht die da schon. He. So. Ich hab nur das Ong. Wo war denn das K? Die Dinger. Ah, ich will kein Paprika. Paprika? Ja, ich würde Paprika, das Alad sagen. Hallo? Kommt da jemand? Korkok? Nein. Da kommt der in dem Moment, wo ich dann... Äh! Ja, okay. Weißt du doch. Rege Säge. Arsch mit Säge. Heißt rege Säge, steht da. Hättest du mir noch egal. Schon wieder hintergegengesprungen. Ja. Das hab ich diesmal gesehen. Weißt du, was ich dazu sage? Ich kann diese Folge nicht ertragen. Denn ich bin ein guter Künstler. Du hast den Knall. Daaa. Ah, okay. Diesmal schaffe ich das nicht so. Oder? Ne. Ne. Ha. Ha. Hallo. Ich hab mich schon. Jetzt kommen erst die beiden wieder hier. Ich hab das on. On gefällt mir. Aber wo gefällt der Donkey Kong nicht off? Kann mir noch einer? Ne. Hatschi, Hatschi, Hatschi. Ach, jetzt kam jetzt der Spasti wieder. Bis so hoch. Hanguckt. Guck. Malmaa. Ach, warum? Mob mich doch nicht spiel. Du musst gemobbt werden. Heute kommt wieder LMS, ne? LMS, was? Lost Man Standing. Wow. Guck ich auch so gerne. Alles klar. Sag mein Penis auch immer am Ende. Last Man Standing. Hahaha. Okay. Ich hab schon wieder so einem Schlecht. Vielleicht ist der schon am Anfang bei dir. Ohohohohohohohohohohohohohoho. Oh, ich bin jetzt schnell als zu gearscht. Gieß mal nicht. Was kann man jetzt das wieder? Oh, nee. Das ist ja immer gemeint zu dehnen. Doch. Weißt du, was ich das schlimmer finde, wenn wir beide zusammen spielen? Als wenn man alleine spielt? Weiß ist das auch. Das macht A einen behindert im Kopf. Weiß nicht, allein würde ich das auf die besten kriegen. Ja, da wird man glaube ich weniger reden. Ja, weil du dann einfach in Ruhe zockst. Ja. Komm hier. Dankeschön. Dir fehlt immer noch das K. Ja, ich weiß. Ja, jetzt. Der ist es. Ne, jetzt. Jetzt gehe ich davor. Da kommt keiner. Doch. Gerade. Dankeschön, Bienen. Ich bin echt empöst von diesem Level-Man. Bitte. Warte mal. Der kommt doch hoch. Hier wird doch irgendwo noch ein Donkey kommen. Nein. Das war scheinbar so ein kleiner Bug. Ja, und das war behindert. Das war glaube ich ein Bug. Ich glaube der war hier vorne irgendwo. Ach, scheiße. Ne, der war da. Alles klar. Das war richtig. Der war nur unsichtbar irgendwie mit einmal. Ok. Ja, das irgendwo war er. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ne, aber der war ja da. Das war einfach nur am Backgerad. Bloß der unsichtbar war. Oh. Findest du? Hallo. Ne, stimmt's noch. Hallo. Schade. Aber im Fall, irgendwo konnte ich hier hoch schießen. Aber mit zwei Doggies. Ein bisschen einen hochwerfen. Ne, sterben wollte ich jetzt nicht. Warte mal. Du hast eins, zwei, drei Level hat das. Ok. Dann müsste ich jetzt noch eins machen. Dann wären wir genau zwei. Komplette. Level unterschiedlich. Ja. Freut ich doch, ne? Ähm. Ja, eigentlich schon. Pff. Arschloch. Dass ich eigentlich immer noch drauf habe, noch gekommen zu spielen. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ich mag das Spiel. Mario könnte ich nicht. Das würde weh tun. Das würde weh tun. Ah. Mann ey. Ich dachte das. Also ich würde ja so langsam mal sagen, ne? Die Leben, die kommen wieder. Ne? Die Leben, die brauchst du wieder. War das nicht bei Donkey Kong 1 oder bei 2, wo wir auch Leben immer geholt haben? Äh. 2 war das, ne? Ich glaube bei 1 war das. Und bei 2. Ja, ich glaube bei beiden war es sogar. Ja. Gut, da haben wir sogar eine Folge nur Leben geholt. Kann sein, ja. Das kann sein. Kann nicht sein, das ist sogar so. Du bist behindert, aber da bin ich drauf. Oh. Hi Benni. Oh. Ja dann. Ja dann. Ja dann. Vor allem, dass das da jetzt in der Tresen drin ist, ne? Hm. Und ein Getriebeerd.